Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Philipp Arzt von der Ludwig Arzt GmbH in Dornburg. Im A-Paper 5 habe ich versprochen, dass ich den Bericht über Kevin Eisele's PT Room in Schwäbisch-Gemünd online verlängere. Das möchte ich mit diesem Film tun. Die Ausgangssituation, in der ich Kevin 2019 kennengelernt habe, war diese. Ein 60 Quadratmeter großer Tourenraum mit dem Charme der 80er Jahre. Tolle Therapeuten, tolle Trainer und Kevin Eisele als Visionär mit einer ganz klaren Vorstellung von seinem modernen Trainingsraum. Ihr seht hier ein Foto von der fertiggestellten Anlage in Schwäbisch-Gemünd. Mir war klar, dass ich der schwäbischen Ideenflut alleine nicht Herr werden konnte und habe deshalb meinen Freund Stefan Arndt mit ins Team geholt, seines Zeichens Architekt, aber auch 3D-Designer, der in der Lage ist, mit meinen Kunden deren Visionen und Ideen zu visualisieren und virtuell sichtbar zu machen. Das hier ist die Umsetzung von Kevins verfahrbarem Schreibtisch. Der hat den Sinn, dass er, wenn er an der Wand steht, vorne genug Platz lässt zum Trainieren, oben an den Traversen. Wenn er nach vorne gerollt ist, wie hier, ist er der Arbeitsplatz des Therapeuten, um Computerarbeit zu leisten. Der verfahrbare Bildschirm, oben links, wird dem Trainierenden in Blickrichtungen gestellt. Mit der Kamera von der Seite wird ein Signal aufgespielt, das ihn ja eben von der Seite zeigt. Kevin kann jetzt eine Markierung vornehmen, die Endposition. Um es nochmal besser sichtbar zu machen, haben wir euch das Bild nochmal auf den großen Monitor projiziert. Und ihr seht hier, dass Kevin eine gelbe Linie einzeichnen kann, die die Endposition des Trainierenden markiert. Jetzt geht er raus und geht wieder zurück in seine gleiche Position. Das ist aber nur eine Anwendung von vielen. Ebenfalls plan eingegossen sind hier die Rollbahnen für Krafttest und Training und die Zebris Druckmessplatte. Hinter dem Schreibtisch sind verschiebbare D-Bond-Wände eingebracht. Die dienen in der Haltungs- und Bewegungsanalyse als Zielscheibe für Laserpointer, die die Trainierenden oder Patienten tragen. Eine dient als Whiteboard, als magnetisches Whiteboard, um beschriftet zu werden oder magnetischen Tafeln Halt zu bieten. Und unter allen verschiebbaren Wänden befindet sich die erste Wonderwall, die wir dort einbringen durften. Position 1.1, wie man am Boden erkennen kann. Und ich mache hier eine ganz einfache Übung vor mit dem Doppelroller, die jeder Patient oder Trainierende alleine wunderbar umsetzen kann. Kevins Wunsch war es, seine Kletterwände zu erhalten. Wir haben also die zwei Kletterelemente an der alten Position abgeschraubt, mussten sie etwas modifizieren, etwas anpassen und haben sie dann hier an dieser Position wieder eingebaut. Die Wandentwicklung für die Wonderwall-Elemente war umfangreicher. Stefan Arndt hat hierzu einen Wandentwicklungsplan erstellt, in dem wir die Statik der vorhandenen Infrastruktur beachten mussten, aber auch Nicklichkeiten wie Revisionsklappen, die wir eingebaut haben, um Schächte offen zu halten. Das Besondere an dieser Revisionsklappe ist, dass wir sie unten bequem auslösen können. Sie grenzt aber an eine Schiene, die hoch belastbar sein muss, direkt oben drüber. Denn hier werden die Multi-Haken für die Double-Slack-Line eingebracht, die auf der anderen Seite auf Rollen versorgt ist. Der Trainierende oder Patient kann sie sich selber abrollen, dann mit dem Karabiner auf der anderen Seite sichern. Und ich zeige euch, dass das hier auf jeden Fall sicher hält mit Schrauben und jede Menge Klebstoff. Unser gemeinsamer Leitfaden bei diesem Projekt war, Ordnung heißt nur, dass alles seinen Platz hat. Hier seht ihr, dass wir in dem kleinen Lager hinter einer Vorschale diese Wonderwall eingebracht haben, die nur dazu dient, Adaptionen, die nicht benötigt werden, aufzunehmen. Stefan und ich können hier mit wenigen Handgriffen uns bedienen und zwei Stationen für einen funktionellen Trainingszirkel aufbauen. Ich bringe hier zwei Wonderwall-Multi-Ausleger an für eine Bauchmuskeltrainingsübung. Stefan bringt einen Battle-Rope an den Multi-Haken ein und so entstehen zwei Stationen für einen Zirkel oder Einzeltraining oder was auch immer. Das geht alles sehr schnell. Das kann der Trainierende selber machen oder der Patient oder der Trainer oder der Therapeut. Kevin ist super zufrieden mit dem Raum. Stefan und ich glücklich. Ich kann nur sagen, Kevin Eisele, herzlichen Dank für dein Vertrauen, dass du in Ludwig Arzt gesetzt hast. Und sage Tschüss, vielleicht bis zum nächsten Clip.